Damit Termine für Kinder und Jugendliche gebucht werden können, sind im System nur wenige Handgriffe nötig, heißt es bei Notruf Niederösterreich. Spätestens ab Donnerstag, wir gehen aber davon aus, dass es hoffentlich ab Mittwoch bei uns möglich sein wird, wir müssen noch die aktualisierte Fachinformation abwarten. Wir haben zwar jetzt die Zulassung der EMA und des Nationalen Impfgremiums, der Hersteller muss uns aber noch die aktualisierte Fachinformation bereitstellen, die wir dann auch den Ärzten für das Aufklärungsgespräch zur Verfügung stellen können. Bei der Vergabe der Impftermine geht man in Niederösterreich weiterhin nach Altersgruppen vor. Die ersten Termine für 12- bis 15-Jährige wird es voraussichtlich Mitte Juni geben. Es kann aber durchaus sein, dass jemand anderes einen Impftermin nächste Woche absagt und man auch schon nächste Woche eventuell einen Impftermin für 12- bis 15-Jährige ergattern kann. Luft nach oben gäbe es bei der Impfbereitschaft, sagt Kwojka. Etwa 10.000 Kinder und Jugendliche sind bislang vorgemerkt. Mit der Zahl der Interessierten, 10.000, bin ich nicht ganz zufrieden, aber das ist schon so in Ordnung. Grundsätzlich gibt es ein Potenzial von knapp 67.000 Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren in Niederösterreich. Ab einem Alter von 14 Jahren können Jugendliche übrigens selbst entscheiden, ob sie sich impfen lassen wollen. Das ist natürlich ein Potenzial von einerальной Art und Tiere, die wir sie haben in der ersten 여eren Art und Sie haben in der nächsten Stunde ein. Du kannst das nicht anstecken. Du kannst die Unwärtsung nicht anstecken. Du kannst das nicht anstecken. Du kannst die Unwärtsung nicht mehr, wenn man dann vorhanden kann. Untertitelung des ZDF, 2020